Ich freue mich mega, ich warte hier in St. Moritz auf euch, wo schon bald das höchstgelegenige Electronic Music Festival von ganz Europa stattfindet. Vom 16. bis 20. März findet das Music Summit St. Moritz statt und bringt so ein richtiges E-Beats-Feeling in die Bergwelt. Und dann sagen euch euch zuerst, los mit Ruhe! Über 40 DJs, 15 Locations, ganz viele Beats und pumpende Bässe im Skigebiet im Dorf und in den Clubs. Internationale Grösse, wie zum Beispiel das Pasche Ibiza, das Ministry of Sounds, sind hier in St. Moritz. Wir freuen uns auf einen coolen Tag der Dr. Alban, der Jet Setter-DJ Mosey, aka Pierre Sarkozy, der Peyman Amin, Tom Novy und so weiter und so fort. Also seid unbedingt dabei! Seid taglich gut mit dabei bei Interviews, Behind-the-Scenes und viel mehr hier bei Music Summit TV. Ich freue mich auf euch! Also, ich warte auf euch am Music Summit vom 16. bis 20. März in St. Moritz. Machen wir so richtig zusammen Party! Bis gleich! !